Guten Tag! Einmal jugendlich! Eintrittszahlen hier! Ja, wo ist denn hier die Hopfenplantage? Ich wollte mal gucken, wo mein Bier wächst! Ja, wollen wir mal gucken hier, was hier so passiert! Hahaha! Komm Mädels! Guten Tag! Ist hier noch Platz? Ich würde mich gerne dazusetzen! Meine Beine sind schon ganz angeschwollen! Guten Appetit! Dankeschön! Schmeckt lecker! Wollen Sie mal beißen? So, das war aber eine schöne Pause! Und jetzt schön wieder einpacken! Doch nicht so! Das macht man nicht! Die sind ja wie mein Mann! Aha! Ja! Kunst! Ah! Sieht das Kacke aus! Unter das Ding! So Mitte, so Mitte, so Mitte zum Sack! Zack, zack! Schaukeln! Ja! Aaaaaaah! Du ziehst deinen Bauch ein! Ich glaube, Daniel, nicht viel weniger! Ja, das passt gut zusammen, ne? Ah! 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 Das sind Germanien! Die hab ich offenbar gekochen! Ah! 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 Oder Gladiator! Ich weiß nicht auch nicht! Ja, ihr beiden Hübschen! Ja! Mensch, bin ich vom Blumenkucken kaputt! Ja! Ja! Dann wird sie ja bekloppt, ne? Ja! Jetzt erstmal ne schöne leckere Tasse Muckafuck! Ja! 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 Schlag mich! Bitte, bitte! Schlag mich! Der Sindel! Ja! 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 Schlag mich! Hallo, mein Sohn! Was ist denn das? Klangblech! Klangblech! Wie hört sich das denn an? Wie? Das ist alles? Pass mal auf! Das kann ich auch ohne, Amaro! Pass mal auf hier! Na, wie war das? Jetzt zeig ich mal, wie man sich den Hintern wieder hübsch listen kann! Ja! Yippie! Die Luise kommt! Ja! Ja! Da gibt ne heiße Hintergrund! Haha! Prima!